Was ist Schönlein-Henoch-Purpura? Schönlein-Henoch-Purpura, manchmal auch als Henoch-Schönlein-Purpura bekannt, ist eine Form der Vaskulitis oder Blutgefäßentzündung, die als Folge einer Autohin-Unreaktion auftritt. Technisch sollte dieser Zustand Schönlein-Henoch-Purpura geschrieben werden, aber Dr. Johann Lukas Schönlein, der diesen Zustand zum ersten Mal im 19. Jahrhundert beschrieb, wird häufig seines Umlauts beraubt. Dieser Zustand tritt am häufigsten bei Kindern auf und verschwindet oft von selbst, ohne dass eine Behandlung erforderlich ist. Es gibt drei vorräterische Anzeichen für Schönlein-Henoch-Purpura, ein charakteristischer purpurfarbener Ausschlag an den unteren Gliedmassen, Gelenkschmerzen, die normalerweise in den Knien und Knöcheln auftreten, und Magenkrämpfe. Da diese Symptome selten zusammen mit einer anderen Krankheit auftreten, diagnostiziert ein Arzt Schönlein-Henoch-Purpura häufig allein aufgrund dieser Symptome. Bei Patienten können auch Übelkeit, Erbrechen und blutiger Durchfall auftreten, und in einigen Fällen tritt eine Nierenbeteiligung auf. Während Schönlein-Henoch-Purpura häufig anhand der Symptome und einer körperlichen Untersuchung diagnostiziert werden kann, kann ein Arzt manchmal eine Urinprobe zur Analyse entnehmen. Der Gehalt an verschiedenen Verbindungen im Urin kann die Diagnose bestätigen und zusätzliche Informationen darüber liefern, was im Patienten vor sich geht. Bei Verdacht auf eine Nierenbeteiligung kann eine Urinanalyse wichtig sein. Eine Biopsie des Ausschlags kann auch genommen werden, um zu bestätigen, dass der Ausschlag nicht durch etwas anderes als Schönlein-Henoch-Purpura verursacht wird. Die Ursache der Schönlein-Henoch-Purpura ist nicht vollständig geklärt. Die Krankheit tritt am häufigsten bei Menschen auf, die sich von viralen oder bakteriellen Infektionen im Darm erholen, und es wird angenommen, dass sie das Ergebnis eines überheifrigen Immunsystems ist. Wenn sich die Blutgefäße entzünden, können sie auslaufen, was zu einem fleckigen violetten Ausschlag führt. Menschen können auch schwerwiegendere Komplikationen wie Darmverschluss erleben. Allergische Purpura, wie sie auch genannt wird, darf manchmal einfach ihren Lauf nehmen. Wenn bei einem Patienten Komplikationen auftreten, können entzündungshemmende Medikamente zur Behandlung der entzündeten Blutgefäße verschrieben werden. Einige Patienten erhalten möglicherweise auch Cortison, um die Intensität der Reaktion des Immunsystems zu verringern. Wenn Komplikationen auftreten, können zusätzliche Schritte unternommen werden, um diese zu beheben. Patienten, die Anzeichen einer Schönlein-Henoch-Purpura bemerken, sollten ihren Arzt anrufen. Der Arzt kann eine abwartende Behandlung empfehlen oder den Patienten bitten, einen Termin für eine Untersuchung zu vereinbaren. Es ist besonders wichtig, alle Symptome dem Arzt zu melden, damit der Arzt ein vollständiges Bild davon erhält, was der Patient erlebt.